Welcome to the next video here on the channel and to the next episode of the FIFA 16 Karrieremodus with Newcastle United. Euer Max is a little bit sick, I hope that's not too much in this episode. My voice is still not so fit, my voice is still not so good at 100%. But I think trotzdem, that we have fun in the next episode. It's going to be three games in the Pokal against Blackpool. Then in the second episode, bzw. in the second episode, against the FC Chelsea in the Liga. Und dann gegen, ja niemand geringeren als den FC Everton, gegen die Toffees im dritten Spiel dieser Folge. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst einen Daumen nach oben, da würde ich mich sehr drüber freuen. Natürlich machen wir das Training erst nach dem Spiel gegen den Zweitligisten. Und das wird wieder mal keine einfache Aufgabe. Ich sage es glaube ich, jede Episode gegen kleine Gegner tun wir uns schwer. Und gerade im Pokal müssen wir aufpassen. Momentan haben wir einen Verletzten und zwar ist das Adam Armstrong, der ist angeschlagen, fällt für neun Tage. Gott sei Dank nur aus, was also nicht so schlimm ist. Wir können dementsprechend auf A10 irgendjemand anders hinstellen, beispielsweise Sim de Jong. Und mit dem dürfen wir da auch einigermaßen gut bei wegkommen. Des Weiteren haben wir natürlich noch Veinaldo, unseren Dauerverletzten, bzw. unseren stärker Verletzten, der noch ein bisschen länger ausfällt. Allerdings wird er in dieser Episode sein Comeback feiern. Auch darauf könnt ihr euch natürlich jetzt schon mal im Voraus freuen. Das Ganze ist übrigens jetzt das erste Video, was ich seit Ewigkeiten kommentiere. Das heißt, erwarte nicht zu viel. Ich muss da erstmal wieder reinkommen, denn ich war ja in Prag und davor habe ich aufgenommen. Und danach seitdem absolut nichts, was diesen Karrieremodus angeht. Aber ich denke mal trotzdem, es wird euch im Idealfall gefallen. Die Kommentierweise ist ja das, was ihr an diesem Karrieremodus am meisten liebt. Was die Realität bzw. den Realismus angeht, ich weiß, dieser Karrieremodus ist besser als der von Arminia Bielefeld in dieser Hinsicht. Aber glaubt mir, es geht nicht wirklich anders. Denn es ist FIFA und es ist halt nicht Realität. Und dementsprechend ist Realismus so eine gewisse Sache. Aber nichtsdestotrotz spielen wir jetzt im Pokal gegen Blackpool. Ich wünsche euch viel Spaß und wir kommen sicherlich in die nächste Runde, oder? Bis gleich. Newcastle United zu Gast beim FC Blackpool. Der FA Cup erwartete diese beiden Teams. Die Magpies waren natürlich mit breiter Brust angereist. Allerdings nicht mit den Spielern, die in der letzten Partie auf dem Rasen standen. Unter anderem der momentan sehr stark in Form seiende Nachwuchs bzw. Youngstar. Ja, Adam Armstrong, der saß verletzt zu Hause vorm Fernseher, fällt mit einer Schulterprellung mehrere Zeit aus. Das heißt, heute muss da jemand anderes für die Gefahr in der Offensive sorgen. Und das sollte sie ihm de Jong erledigen. Der Niederländer hat eine Ewigkeit mal wieder in der Startelf und das gleich noch auf der 10. Also auf jeden Fall eine schöne Premiere hier im Emirates FA Cup. Wir gucken uns die beiden Aufstellungen direkt mal an. Heute Kapitän Vernon Anita wechselt im Winter eventuell. Wurde heute als Kapitän auf den Rasen gestellt, weil er das Mittelfeld leiten sollte. Und dementsprechend die Kapitänsbinde ihm am besten stand. Der FC Blackpool im Tor mit Doyle, davor Oliver Jones, Aldred und natürlich der vielleicht bekannteste Spieler, und zwar Robertson. Dann haben wir davor Körbeck, wir haben Norris, McAllister, Oyasi, Samuel Potts und die alleinige Sturmspitze der heutigen Partie beim FC Blackpool. Auf der anderen Seite haben wir im Tor Rob Elliott zum wiederholten Mal. Der Wettskandal um Tim Kröhl weitet sich weiter aus. Dementsprechend saß der nur auf der Bank. Davor Dixon, Bamba, Pogba, Haidara, Anita, Emre, Cana, Jose, Perez, Mitrovic, Mavo und Rolando Aarons. Das war die große Überraschung. Wir sprachen gerade über Sien De Jong. Der stand allerdings doch nicht in der Startelf, denn beim Aufwärm angeschlagen rausgegangen. Er saß zumindest auf der Bank und wartete auf seinen Einsatz. Bitter für die Niederländer. Allerdings kann man da nichts gegen machen. Das Wichtigste natürlich eigentlich, ja, der Skandal um Tim Kröhl. Aber um den werden wir uns in den nächsten Wochen sicherlich noch genug beschäftigen. Erste Chance der Partie für Mitrovic. Newcastle begann gut, allerdings fehlt es nach Präzision. Mavo, der seit Ewigkeit mal wieder auf dem Platz stand mit der verunglückten Hereingabe. Allerdings wurde es immer besser. Vernon Anita, wie gesagt, Kapitän der heutigen Partie mit dem 1-0 nach 27 Minuten. Schöner Schuss des Niederländers in die lange Ecke. Und da ist der Ball dann drin. Keine Chance für den Keeper, da irgendwie heranzukommen. Haben die Vorlage von Ayose Peres, von Emre Can, Entschuldigung, klasse gemacht hier. Und dann geht der Niederländer, der eigentlich gar nicht Offensivqualitäten besitzt, da schön vorbei an der Defensive und macht das 1-0. Elliott hatte wenig zu tun. Diese Chance hier die größte von FC Blackpool in der gesamten Partie. Bis dato 40 Minuten durch. Auf der anderen Seite sah das deutlich besser aus. Emre Can versucht aus der Distanz. So eine wunderbare Parade von Doyle. Es bleibt allerdings weiterhin beim 0-1. Die Hereingabe von Mavo kommt dann nicht mehr. Kurz vor der Zeit nochmal Emre Can mit dem Ball auf Mitrovic. Der auf Ayose Peres. Und der macht das 2-0 in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit der Spanier. Mit einer Klassepartie bis zu diesem Zeitpunkt. Und er krönt seine Leistung mit dem Außenrissschuss in die kurze Ecke. Da kann der Keeper allerdings nichts machen. Viel zu präzise und viel zu starke Treten. Völlig unbedrängt da an der Strafraumkante. Und dementsprechend das 2-0. Wir springen in Halbzeit 2 und auch da ging es weiter. Damasio Haidara, der französische Linksverteidiger über außen. Die Flanke in die Mitte. Da ist Peres und es steht 3-0. 58. Minute die Entscheidung. Und das Ding war endgültig durch. Wieder der Spanier mit seiner zweiten Bude in dieser Partie. Richtig schöner Kopfball kommt da angeflogen. Perfekte Flanke des französischen Linksverteidigers Haidara. Der auch momentan wieder so ein bisschen in die Spur kommt. Nachdem er von Callback verdrängt worden war. Mittlerweile wieder öfter auf dem Platz. Und hier krönt er seine Leistung mit der Vorlage. Die letzte Chance der Partie. Dann ziemlich jung mittlerweile eingewechselt. Er versucht es nochmal mitten im Kopfball. Allerdings kommt er nicht. Und dementsprechend endet die Partie. Mit einem 3-0 für Newcastle. United Man of the Match eindeutig. Ayose Perez. Der hat die beste Leistung auf dem ganzen Platz geliefert. Zwei Tore gemacht. Und so kann es natürlich weitergehen. Er kämpft momentan um Startelfplätze. Gerade weil Werner verletzt ist. So kommt man da auf jeden Fall am besten ran. Blackpool ohne Chance gegen den Ersten Ligisten. Newcastle beweist seine Favoritenrolle. Beziehungsweise untermauert seine Favoritenrolle. Nicht nur in der Liga. Sondern auch im FL Cup. Das war doch denke ich mal ein relativ ansehnliches Spiel. Ihr habt wieder gemerkt. Da waren wieder die zwei Fehler. Ich habe mich vertan mit Sieben De Jong. Der stand natürlich nicht in der Startelf. Sondern saß nur auf der Bank. Und natürlich habe ich auch vergessen den Stürmer von Blackpool vorzulesen. Allerdings habt ihr ja auch gesehen. Der Stürmer war vollkommen irrelevant. Denn der hat ja absolut nichts gezeigt. Denn Blackpool sehr sehr erschreckend schwach in der Offensive. Und dementsprechend kein Problem für mich dieses Spiel zu gewinnen. Wir suchen mal wieder die Spieler raus, die wir trainieren. Natürlich habe ich das wieder nicht mit Y gemacht. Was viel einfacher gewesen wäre. Nein, ich mache es manuell. Allerdings ist das auch nicht so schlimm. Denn bei den nächsten Episoden, beziehungsweise in den nächsten Episoden, werde ich, soweit ich mich erinnern kann, wieder ohne dieses manuelle Aussuchen machen. Sondern einfach mit Y. Danke übrigens nochmal an den Tippgeber dafür. Das war wirklich eine große Hilfe. Denn das erleichtert so, so vieles. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Die Trainingsergebnisse durchweg in Ordnung, sage ich mal. Nicht ideal, aber auf jeden Fall annehmbar. Und dementsprechend können wir uns gut vorbereitet sehen für die Partie gegen den FC Chelsea. Das Schwierige an der ganzen Geschichte ist, die sind das stärkste Heimteam der Premier League. Dementsprechend das stärkste Heimteam unserer Liga. Und stehen momentan auf Tabellenplatz 1. Dementsprechend wird das eine schwere Nuss, die wir da zu knacken haben. Haben wir momentan 5 Punkte Vorsprung von der Tottenham Hotspur. Das heißt, wir stehen weiterhin auf einem internationalen Platz. Verpflichten 3 Spieler für unsere Jugendmannschaft aus Finnland. Das sah richtig stark aus gerade. Und wir spielen natürlich in der nächsten Partie wieder nicht mit Mitrovic vorne drin. Sondern diesmal mit Michi Batshuayi in der Sturmspitze. Mavot rückt auch es wieder raus. Dafür kommt ein Depp rein. Das heißt, unsere 3er Reihe vorne ist wieder komplettiert. Denn ich glaube, auch Sturman werde ich wieder für Ronaldo Aarons auf den Platz stellen, wenn denn alles richtig läuft. Ich glaube, die französische Ex-Ligue 1-Reihe kommt da ganz zusammen oder etwa nicht. Ich bin mir gar nicht sicher. Machen wir das noch? Machen wir das noch? Selbst wenn nicht, ist es auch nicht so wild. Nein, wir machen es nicht. Ronaldo Aarons spielt. Ja gut, von mir aus auch so. Viel Spaß. Bis gleich. Newcastle United zu Gast an der Stamford Bridge. Die McPies zu Gast bei den Blues. Und der Tabellenführer der Premier League hatte bisher eine blütend weiße Weste aufzuweisen beziehungsweise eine sehr, sehr gute weiße Weste mit ganz, 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 ganz wenigen Flecken in der heimischen Arena. Das Stadion natürlich ausverkauft. Das war das Topspiel der Premier League. Der Erste gegen den Tabellenfünften. 24 Spiele, 57 Punkte für den FC Chelsea, 44 Punkte für Newcastle. 13 Punkte Vorsprung. Und das, obwohl die McPies eine richtig starke Saison spielten. Das natürlich in Aushängeschild. Kapitän der heutigen Partie, Signe de Jong bei den McPies. Zuletzt im Pokal noch ausgefallen, traurigerweise, nachdem er sich beim Aufwärm ja verletzt hatte. Heute stand er auf dem Platz und durfte die Kapitänsbinde von Anita übernehmen. Der saß wieder nicht auf der Bank, sondern sogar nur in der Reserve und spielte dementsprechend keine Rolle bei der heutigen Partie. Wir schauen auf die Aufstünde des FC Chelsea im Tor. Kurz war da vor Ivanovic, Cahil, Gillo, Bocci, Azpilicueta, Matic und Ramirez aus der Doppeltexter vor William, Pedro, Oskar und Loa Remy. Auf der Bank Abdulrahman Baba und auch Diego Costa und Eden Hazard. Das heißt, die beiden Stars nicht dabei, obwohl es ein Topspiel war. Jose Mourinho vertraute auf seine momentan besser in Form seiner Kräfte als auf die großen Namen. Auf der anderen Seite Rob Elliott weiterhin im Kasten. Tim Krüll mittlerweile immer noch auf der Bank, allerdings immer mehr in Kritik. Jan-Matte-Member, Kurt Zuma, Colbeck, T.O.T., Sissoko, De Jong, Thor, Bob Batshuayi und Paul Georges. Einen Tab kompletierten die Elf. Der Merk Pais, auffällig natürlich, dass Kurt Zuma gegen seinen Ex-Ferien mal wieder in der Startelfstand, nachdem er Florentin Pogba verdrängt. Hat er zumindest für eure Partie mit guten Trainingsleistungen, war er aufgefallen. Batshuayi bisher in drei Premier League-Spielen mit drei Toren. Heute wollte er seine Statistik weiter aufbauen. De Jong sollte ihm dabei helfen. Die beste Heimbilanz der Liga. Bisher hat der FC Chelsea zwei Unentschieden. Die einzigen beiden Flecken, wie gesagt, auf der sonst blütenweißen Weste immer noch keine Niederlage. Und das wollen sie natürlich auch heute weiter fortsetzen. Wir gucken auf den Torwart vom FC Chelsea auf Thibaut Courtois. Eigentlich natürlich interessanter der Torwart auf der anderen Seite. Und zwar Rob Elliott. Denn es gab immer weitere Details im Wettskandal. Anscheinend hatte Tim Kröhl wirklich ein bisschen was zu tun mit diesem Gegentor gegen den FC Warfare. Was im Endeffekt wichtig war, weil Jukas ja trotzdem gewann. Trotzdem auf jeden Fall eine sehr interessante Geschichte. Wir sind gespannt, wie es da weitergehen wird. Nemanja Matic hatte dann die erste Chance. Beziehungsweise leitete die erste Chance der Partie ein nach knapp 30 Minuten. Und schoss auch selber mal aufs Tor. Aber Elliott zeigte gleich mal, dass man sich auf ihn verlassen kann. Wenn er gebraucht wird. Und hält diesen Ball des serbischen Nationalspielers relativ sicher. Wer hat ihn zu hecke ab. Ansonsten eine erschreckend schwache Partie an der Stamford Bridge. Beide Teams mit wenig Ideen. Beziehungsweise wenig Durchsetzungsvermögen. Auf der anderen Seite sah das Wendmal so aus. Ein Tap kurz vor der Halbzeit mit einer Flanke in die Mitte. Bacuayi kommt nicht richtig dran, weil Gillo Bocci da ist. Und dementsprechend auch diese Situation im Endeffekt von Cahill entschärft. Zweite Halbzeit. Wieder der Versuch über einen Tap. Der macht wieder das Zurückziehen. Und wieder die Flanke in die Mitte. Diesmal ist es aber Cahill, der den Ball selber rausköpft. Es passierte also nicht viel. Und dann kam der FC Chelsea mit Pedro. Der setzt sich durch. Spielt den Pass auf Willian. Der ist nicht genug gedeckt von Colbeck. Der lässt sich vernaschen. Macht das 1 zu 0. Der Brasilianer mit dem Führungstreffer für den FC Chelsea. Da sah Colbeck ganz, ganz schwach aus. Unter der Woche noch im Pokal hatte Haidara gespielt. Hat eine richtig gute Rolle gemacht. Eine Vorlage gemacht. Und jetzt zeigt Colbeck, warum der Franzose momentan besser drauf ist. Lässt sich einfach ausspielen. Elliott hat dann chancenlos. Der Ball in die kurze Ecke. Und dementsprechend die Führung für Chelsea. Auf der anderen Seite versucht den Newcastle zurückzukommen. Es gelang ihm aber nicht viel in der Offensive. Hier stand Aarons ohnehin im Abseits. Und dann gab es in der 89. Minute nochmal eine Freistoßchance. Matic bis zu diesem Zeitpunkt sehr solide im defensiven Mittelfeld. Räumt da Sissoko ab. Und der eigentliche Kapitän hat hier die große Chance nochmal. Zuletzt erst einen Freistoß verwandelt. Und jetzt gegen die Defensive ist der FC Chelsea. Drei Mann Mauer. Costa, Oskar und, ja, Willian. Drei Brasilianer. Mittlerweile einer davon mit der spanischen Nationalität. Sissoko, der Kapitän, versucht es. Aus knapp 30 Metern direkt haut den Ball in die Mauer. Und das war die letzte Chance der Party. Newcastle verliert also an der Stamford Bridge, wie erwartet, mit 1 zu 0. Chelsea weiterhin mit der blütenweißen Weste. Und mittlerweile mit richtig, richtig vielen Heimpunkten. Das muss man erstmal so machen. Der 14. Heimsieg in dieser Saison für die Blues. So kann es weitergehen. Für die Männer von José Mourinho. Thibaut Cotua wurde nie richtig gefordert in dieser Partie. Das ist das große Problem. Newcastle kam nicht richtig vor das Tor. Dementsprechend die erste Partie von Michi Bacuayi ohne Torerfolg. Rob Elliott steht weiterhin im Kasten. Wir sind gespannt, wie es da weitergeht. Hazard eingewechselt. War unauffällig, dass die Quintessenz dieses Spiel im Endeffekt gewinnt. Der Tabellenführer geht beim 5. mit 1 zu 0. Jo, Freunde. Ich würde sagen, das war, ähm, wie soll man es sagen? Einfach offensiv zu schwach. Wir haben nicht sonderlich viel gezeigt. Das lag einfach daran, dass Chelsea's Defensive sehr stark ist. Sie sind nicht umsonst das stärkste Heimteam der Liga. Haben sie unter Beweis gestellt. Ja, ähm, Elliott hat er gerade gesehen. Freut sich darüber, dass er mal wieder spielen darf. Beziehungsweise, dass er viel Spielzeit bekommt. Wir ändern unsere Scout-Aufträge nochmal ein bisschen. Denn wir suchen auch unter anderem, das werdet ihr allerdings in dieser Episode noch nicht sehen, einen neuen Torwart. Denn ich finde die Story mit Tim Krühl eigentlich ganz lustig. Wir haben den, glaube ich, letztes Jahr auch verkaufen müssen, weil er weg wollte. Und dieses Jahr könnte es passieren, dass wir ihn ja auch verkaufen. Allerdings dieses Mal aufgrund eines Wettskandals. Ich denke mal, das wäre eigentlich eine ganz coole Wendung. Vielleicht wird er noch ein paar Spiele machen. Tendenziell aber eher nicht. Elliott macht seine Sache momentan gut. Und dementsprechend bin ich gespannt, was da noch so passieren wird. Auf jeden Fall wird Tim Krühl die nächsten Spiele nicht im Tor stehen. Was genau das sich entwickelt, das werdet ihr erst im Commentary erfahren. Denn wir sind ja hier nur der Trainer und gucken uns nicht noch an, was im Büro passiert. Und da haben wir ja nichts, was wir wirklich unserem Torwart vorwerfen können. Von daher lassen wir das hier auch weiterhin sein. Wir scouten noch ein paar Spieler, unter anderem Viktor Ibarbo und Yannick Bolasi. Wir suchen Flügelspieler. Ich weiß nicht warum, eigentlich brauchen wir gar keine. Wir machen es aber einfach mal trotzdem. und gehen dann in die nächste Partie. Vorher das Training, habt ihr gesehen, wieder mit Y. Eigentlich werden wir einen Spieler ersetzen. Und zwar war das, glaube ich, Wijnaldum. Dafür machen wir Armstrong da rein. Ja, die Trainingsergebnisse ein bisschen. Mau, C, C, C und Doppel D. Doppel D ist natürlich an sich eine schöne Sache, aber hier beim Training nicht so gerne gesehen. Wir stellen unsere Mannschaft dann wieder auf. Machen Sissoko mal wieder zum Kapitän. T.U.T. rückt wieder auf die sechste. Young wird zum Zehner gemacht. Und wir stellen, glaube ich, sogar Jose Perez diesmal. Ne, Wijnaldum stellen wir wieder auf. Genau, hab ja gesagt. Der macht sein Comeback. Der ist nämlich wieder fit. Und darf dementsprechend auch gleich ran. Heute gegen den FC Everton, und zwar gegen die Toffees, wollen wir natürlich wieder drei Punkte holen. Müssen auch wieder drei Punkte holen, wenn wir weiter vorne bleiben wollen. Und damit wir uns die Spurs nicht einholen, machen wir das jetzt. Ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Partie. Mir hoffentlich drei Punkte. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Newcastle United zu Gast im Goodison Park beim FC Everton. Die Toffees empfingen D-Mac Pies. Und momentan sieht es richtig gut aus für die Männer von Trainer MGT. Stehen auf der Band Platz 5. Gerade erst die Niederlage gegen den FC Chelsea kassiert. Aber heute wollte man das natürlich wieder besser machen. Zwei Auswärtsspiele in Folge sind an sich immer keine schöne Sache. Vor allem, wenn man relativ weit reisen muss. Die Männer aus dem Nordosten Englands mussten in den Südwesten, äh, in den Nordwesten, Entschuldigung, Englands, und zwar nach Liverpool. Da spielte Everton in der heimischen Städte. Momentan Tabellen 10 da. Insgesamt zwölf Punkte hinter D-Mac Pies. Sie wollten natürlich heute zeigen, dass man trotzdem gegen die Schwalben gewinnen kann, gegen die Elster, Entschuldigung, gewinnen kann. Allerdings war auf der einen Seite, ja, der Spieler im Fokus, Steven Nathamith auf der anderen, war es Michi Batshuayi. Der hatte zuletzt gegen den FC Chelsea erstmals nicht getroffen, wollte heute natürlich wieder nachliegen. Im letzten Spiel hat Nathamith hingegen zweimal getroffen und wollte dementsprechend natürlich auch heute Gegenersatzkeeper Rob Elliott netzen. Der stand wieder im Kasten für Tim Krö, der weiterhin vom Wettkandal belastet wurde und mittlerweile nicht mal mehr auf der Bank saß. Dazu gleich mehr. Im Tor bei Everton stand Howard davor, Hilbert Stones, Jagie Jalka, Leighton Baines, der Kapitän. Dann Gareth Barry, McCarthy, Lennon, Miralas, Nathamith und eben Romelu Lukaku in der Sturmspitze. Auf der anderen Seite, wie gesagt, der Wettskandal weitete sich weiter aus und mittlerweile wurde, ja, Tim Krö von der FA angeklagt. Dementsprechend stand er nicht mal mehr im Kader. Woodman für ihn auf der Bank. Rob Elliott im Kasten davor. Yamate, Mamba, Kozuma, Haigara, Sisoko, Tioté, Weynaldum zurückgekehrt nach Verletzung und vorne wieder die offensive Dreierreihe. Ehemals Ligue 1, Florian Thauvin, Michi Batshuayi und Paul George Ntep. Die drei sehen wir auch direkt mal hier eingeblendet, beziehungsweise zwei davon. Einen Tep sehen wir im Hintergrund und Weynaldum haben wir da gerade gesehen. Der war richtig froh, dass er erstmals wieder mit von der Partie sein durfte. Allerdings lief das Ganze nicht ganz so ideal für den Mann aus Sienerland. Wir springen in die 20. Minute. Dieser lange Ball von Haidara auf Einen Tep war das Highlight der Anfangsphase. Ansonsten passierte absolut gar nichts. Genauso wie gegen den FC Chelsea. Wenig Torraumszenen und vier Geplänkel im Mittelfeld. Die erste Chance der Partie hatte Phil Jagielka nach knapp 25 Minuten Kopfball des englischen Innenverteidigers. Allerdings nicht sonderlich gefährlich. Anders auf der anderen Seite Kopfball an die Latte von Michi Batshuayi je nach Flanke von Masio Haidara. Nein, das war nicht Haidara. Es war ein Tep, der die Flanke reinbrachte. Nichtsdestotrotz auf jeden Fall eine gute Aktion. Danach blieb Weynaldum verletzt in der Mitte. Liegen hier eine wunderbare Aktion von Charles Zellemba, der den Schussversuch blockt. Und es war tatsächlich die letzte Aktion von Weynaldum. Hat sich erneut verletzt. Musste wieder raus. Josep Perez kam für ihn in die Partie. Hatte sich da im Zweikampf, war unglücklich gefallen und musste dementsprechend ausgewechselt werden. Kurz vor der Halbzeit gab es dann einen Freistoß. 45. Minute an der Außenbahn. Miralas kriegt da zurecht die gelbe Karte nach seinem Einsatz gegen Tep, der mal kurz die Seite gewechselt hatte. Und der Freistoß ist auch eine Angelegenheit für den Franzosen. Und da ist Josep Perez und macht das 1 zu 0. Das ging richtig, richtig einfach. Wunderbare Wude des Spaniers, der bereits im Pokal zwei Tore erzielt hatte, gegen Chelsea nicht spielte. Da verlor Newcastle United prompt. Und hier ist er wieder da und macht den Kopfball rein. Howard chancenlos gegen den Kopfball des Spaniers. Und der avanciert sich so zum Matchwinner bereits in der ersten Halbzeit. Er hat ein Schuss, ein Tor. Josep Perez, besser kann es gar nicht laufen. Also, den Ausfall von Bernaldum gut weggesteckt, gut kompensiert. Und die zweite Halbzeit sollte genauso weitergehen. Denn Everton brachte absolut nichts zustande. Die einzige Mannschaft, die er spielte, waren die Magpipes. Das ist Florian Savard. Der bringt die Flanke in die Mitte. Das war gefährlich. Allerdings kommt da Howard raus. Nochmal der Nachkopfball von Perez, der da gelauert hatte, dass Howard nicht rechtzeitig im Tor zurück war. Aber der US-Amerikaner war dann doch rechtzeitig da. Dann wurde Armstrong eingewechselt. Der mit der Klasseaktion hier gegen Leighton Baines spielt sein Tempo aus. Er hatte richtig Bock auf Fußball. Der junge National- bzw. junge Nachwuchs-Nationalspieler geht mit dem Ball in die Mitte, zieht ab und holt ihm einmal einen Eckball raus. Man merkte richtig, dass er nach seiner kurzen Verletzungspause wieder angreifen wollte, sich wieder in die Startelf bzw. auf die Ersatzbank spielen wollte. Und das tat er mit der Ecke, die er rausholte. Die Ecke dann auf den Kopf von Zuma geschlagen. Allerdings künfte er am Tor vorbei. Und dann kam Armstrong gegen Jagielka. Er oberte sich den Ball schneller als der englische Innenverteidiger, ehemaliger Nationalspieler. Er legt quer auf Michi Batschua. Hier 2 zu 0. 79. Minute die Entscheidung im Goodison Park. Everton brachte nichts zustande, machte den Fehler der Defensive. Armstrong luckt sich den Ball ab und ist dann uneigennützig. Macht das klasse. Durch die Beine von Phil Jagielka. Howard ist diesmal wieder chancenlos. Michi Batschua eben hält die Ruhe, macht sein viertes Tor im vierten Spiel in der Premier League. Besser kann es gar nicht laufen. Und Armstrong hat immer noch nicht genug. 83. Minute geht wieder in den 16. Er macht das klasse gegen die Defensive. Wieder der Schussversuch abgeblockt. Aber sie ist zockt nur mit der Hacke. Und Howard kann den Ball im letzten Moment gerade noch so ab. Wenn die gefährlichste Aktion des zweiten Durchgangs bei Everton war diese Flanke von Romelu Lukaku. Das sagt so einiges über die Partie im Goodison Park aus. Im Endeffekt gewinnt Newcastle United verdient mit 2 zu 0 gegen die Toffees, die absolut nicht bestätigen konnten, was sie sich vorgenommen hatten. Sie wollten eigentlich den Tabellenfünften so ein bisschen ärgern und zeigen, dass man auch als Tabellenzehnter gegen eins der Topsteams der Premier League gewinnen kann. Allerdings macht Michi Batschua hier und Co. den Jungs ein Strich durch die Rechnung. Leighton Baines wurde von Armstrong überrannt. Der mittlerweile nicht mehr ganz so stark. Der Leighton Baines muss sich wieder steigern. Newcastle muss sich gar nicht steigern. Denn wir gewinnen mit 2 zu 0 im Goodison Park gegen Everton. So Freunde, jetzt habe ich ein bisschen zu lang kommentiert. Macht direkt weiter. Ist aber, denke ich mal, auch nicht schlimm. Wir gewinnen mit 2 zu 0. Das war eine sehr, sehr schöne Partie. Hat mich gefreut, dass wir tatsächlich mal wieder gewinnen können. Und zwar sehr souverän. In der zweiten Halbzeit hat er absolut nichts aufs Tor bekommen. Nicht mal ein Gegentor kassiert. Besser kann es eigentlich gar nicht laufen, was bitter ist. Ja, natürlich fällt Wijnaldum aus und das ganze vier Wochen ist mega, mega unnötig, weil er sich gerade erst wieder fit zurückgemeldet hatte. Aber kann sie nichts machen. Weiter in die Chance für Josep Perez und darüber können wir uns ja auch freuen. Wenn es euch gefallen, lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Haut rein und ciao.